Geheime Gesellschaften-Meetings Da gibt es Filme mit dem Titel Secret Society, Geheimgesellschaften, die das promoten. Dann gibt es Kostümpartys innerhalb dieser Geheimgesellschaften. Hier haben wir Google-Bildersuche gemacht, Geheimgesellschaften, und haben da zwei Bilder herausgesucht. Kultus Servicia, Taproom Society, Secret Society. Dann rechts eine Sammelliste von verschiedenen Gesellschaften. Wir kennen nicht alle, aber wir können da einige ansprechen. Oben links sehen wir eine Eule. Dann daneben die Piraten, Skull & Bones. Unten drunter die zwei Parteien in Amerika, der Esel und der Levant. Durant Corporation, kennt man vielleicht, IPS. NSA, CIA, was gibt es noch? FBI. United States Federal Reserve System. UNESCO, die Faschisten-Faust da unten. Dann was haben wir? Weltbank, WHO, die UN, Rotary Club, International Monetary Fund. Irgend so eine Balance, aber überall da, wo diese Zweige sind. Das ist eigentlich das römische System. Die Bilderberger haben kein Logo. Dann oben rechts die Freimaurer, Club of Rome, haben wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Dann die Friedensstifter, the Royal Institute of International Affairs, UNICEF, Ford Foundation, nur um einige zu nennen. Und dann da hat das PLP nochmals Faschisten, einfach so mal. Dann gab es da noch andere Filme, DVDs, A Romantic Community of Generous Proportions, Secret Society. Und dann rechts weitere Ausschnitte, respektive Bilder aus anderen Filmen, wo sie auch Kostümpartys veranstalten. Dann beginnen wir wohl mit der bekanntesten, vielleicht auch berüchtigsten Geheimgesellschaft, die Freimaurer. Und es ist ja nicht so, dass die Gesellschaft, die Freimaurer geheim sind, sondern das, was innerhalb der Gesellschaft abläuft. Da ist es geheim, weil sie haben sich zur Verschwiegenheit geschworen. In der Initialisierung und auf der rechten Seite haben wir eine Darstellung, wie die Struktur der Freimaurerei ausschaut. Und wir wollen das etwas genauer anschauen. Wir haben hier so eine Art Pyramide mit verschiedenen Stufen. Und wenn wir von vorn schauen, im Vordergrund, wir sind theoretisch hier, dann steigt da einer auf in Anzug auf die erste Stufe. Da ist der Lehrling. Und da könnte man sagen, vielleicht perspektivisch, als ob er das Zeichen machen würde. Ja, er verpflichtet sich zur Verschwiegenheit. Und dann stehen sie da und hören da zu. Und wenn sie dann eine Einleitung erhalten, dann gehen sie eine Stufe höher. Und auch hier sehen wir, er wird eingeladen, kommt auch hoch. Und dann sind sie da auf der dritten Stufe, nennen sie sich schon Master Mason. Könnte man sich sehr das Ego schmeicheln, weil man schon Master im Namen drin hat. Aber wenn man dann links schaut, sehen wir da, da gibt es 30 weitere Stufen bis zum 33. Grad. Ja, und wenn man denn das alles bestanden hat, wird man eingeladen, da weiter hoch zu gehen. Secret Master und so weiter und so fort. Und treppelt da hoch die 33 Stufen. Und diese 33 Stufen kommt von der Wirbelsäule. Wir haben heute zwar eine zermanschte Steissbein. Aber das waren angeblich früher mal noch drei einzelne Knochen, so wie die Wirbelsäule an sich. Und zusammen, alle zusammen geben dann diese 33. Und das ist so quasi der spirituelle Aufstieg, die die Freimaurer machen. Kennt man auch aus der Kundalini-Philosophie, wo man ja auch die Wirbelsäule hoch geht und ein spirituelles Wachstum erfährt. Auf der rechten Seite, wie schon gesagt, stehen da andere. Die sind auf der dritten Stufe, verkleiden sie sich schon ein bisschen, aber noch nicht so extrem. Und auch die wollen hoch, die Pyramide. Und hier sehen wir auf der rechten Seite, die York Ride. Ist nicht dasselbe wie das Scottish Ride. Und hier sehen wir, die Stufen sind einiges grösser, sind so hüfthoch. Und wenn man so die Gesichter anschaut von denen, das sind ja doch nicht gerade junge Männer. Ich möchte diese gerne sehen, wie sie da hochkraxeln. Das sieht sicher lustig aus, vor allem in diesen Kostümen. Und dann in der Mitte haben wir die Allied Organizations. Das sind da ein paar, kennen wir nicht alle. Tall Cedars of Lebanon. Order of the Eastern Star. Grotto Moppa. Job's Daughter. Also hier haben wir auch wieder die Bibelverbindung Rainbow Girls. Und Order of the Molay. Der wohl berühmteste Freimaurer selbst. Und dann auch hier gibt es nicht wirklich Stufen, wie man da hinkommt. Da impliziert, dass man da nur reinkommt, wenn man in der Blutlinie drin ist. Und dann hier noch grösser. Also hier kann man eigentlich gar nicht hochkraxeln, um in den Torbogen reinzukommen. Und da haben wir auch Daughters of the Nile. Töchter des Nils und das können wir nicht entziffern. Ja, das sind die Stufen, die die Frau Maurerei da so haben. Dann haben wir die Tempelritter. Die Ritter sind eine Militäreinheit. War eine Militäreinheit der Kirche. Und hier sehen wir eigentlich auch schon rein farblich, wie sie aufgestellt sind. Deutschland hatte auch mal diese Farbkombination. Und hier unten ist zwar ein Bild, eine Zeichnung. Schwarz, Weiss, Rot nach wie vor. Und hier kommen wir dann auch schon näher an die Schweiz. Wenn man da die Farbe invertieren würde, also umdrehen. Dann hätten wir ein weisses Kreuz auf roter Plage. Dann den Q-Glocken-Clan KKK machen ebenfalls Kostümpartys. Aber im Vergleich zu den anderen machen sie das draussen im Wald oder auf der Wiese, wo sie mit Fackeln rumlaufen. Hier in der Mitte sieht man schon, will eher die Verbindung vielleicht zur Schweiz mit dem weissen Kreuz und auf roter Fläche. Und in der Mitte der quadrierte Bluttropfen. Und unten rechts sind die Farben wieder invertiert. Da haben wir einen weissen Tropfen. Könnte wohl die Träne sein. Andere sehen hier dreimal 666. Obwohl das dritte da auf dem Kopf steht, würden wir dann eher als neun definieren. Dann die Piraten. 322. Skull and Bones. Das ist eine Gesellschaft, die in der Yale University gebildet wird. Und hier sehen wir die vermeintliche Gründung von dazumal mit dem Totenkopf. Also sind es ja auch Totenanbeter, wo sie da die erste Bereinigung gemacht haben. Und diese Skull and Bones sind bekannt dafür, dass sie grosse Persönlichkeiten hervorbringen. Und da haben wir auch den Link, den wir vorhin schon mal erwähnt haben, dass die Professoren sind es, die die Schüler, die Studenten auswählen für eben solche Geheimbünde. Und dann unten links haben wir drei Köpfe. Den links kennen wir gar nicht. Das könnte John Kerry sein, wenn wir uns nicht irren. Und der in der Mitte, den kennen wir. Das ist der Bush Junior. Und er hat ja Afghanistan überfallen, hat Irak invasiert und er hat sich so verhalten, wie man es von einem Piraten erwarten würde. Und wurde dann auch gross gelobt innerhalb der Gesellschaften. Und PPP ist so ein Begriff, der da zusammenkommt. Public-Private Partnership. Und eben die Privaten sind die Piraten. Und wenn man auf der Wikipedia-Seite ist von George Bush, sieht man das auch, wie das Ganze funktioniert. Diese Verbindung zwischen Staat und privaten Piratenunternehmen. Dann haben wir die Gesellschaft Jesu. Constitution Society Jesu. Das ist die alte Schrift, die Kirche grundsätzlich. Einfach so verschiedene Mönche, Brüderschaften. Dann wohl die bekanntesten, nebst den Freimaurer, die Illuminati. Und wenn wir von Illuminati sprechen, dann sprechen wir von den Bavarian Illuminati. Gegründet von Adam Weishaupt, 1776. Das sind die sogenannten Erleuchteten oder auch Geblendeten vom Licht. Und ja, das waren auch Revolutionäre. Werden wir dann noch sehen. Ist nichts Neues grundsätzlich. Die Illuminati, die gab es schon früher. Genannt Alumbrado. War eine spanische, mystische Gruppe. Da haben wir auch dieses Mythische. Die gemäss den Factcheckern von Britannica irgendwo zwischen 15. bis 17. 00. existiert haben sollen. Und waren eben auch im Katholizismus involviert. Mystizismus, Illuminati, Visionäre. Später, Les Myths Illuminati, c'est français, en français. Das war irgendwo so um 1500. Da gibt es Zeitschriften, Dokumente, die man konsultieren kann. Und die Rosenkreuzer, die galten als Religion. Und die Rosenkreuzer, Mitglieder von dieser weltweiten Bruderschaft, behaupten, esoterische Weisheit zu besitzen, die heruntergereicht wurden von den alten Zeiten und sie sind eben im Besitz. Und die Flagge oder das Wappen von ihnen ist sehr ähnlich wie der Martin Luther. Also sind sie auch Revolutionisten. Und sie lehren eben Okkultismus, Hermetisches, Jüdisches, Mystik und Christian-Gnostik. Dann Illuminati, Designation for Various Groups. Und hier fängt eben diese Vermischung an, weswegen auch die Illuminati sehr gerne im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien erwähnt wird. Einfach nur um da to confuse. Und hier eine Depiction von Adam Weishaupt, der Begründer. Und angeblich war er ein Jesuit. Also auch die Jesuiten sind da auch immer mit dabei. Die French Revolution ist kurz danach organisiert worden. Movement to Shook France between 1787 and 1799. Also es dauerte so plus minus 10 Jahre. Ja, werden wir dann noch etwas genauer anschauen. Dann unten links gab es auch die American Revolution, auch um diese Zeit herum, 1776. Da gab es ja den grossen Bürgerkrieg. Und wenn man sich da reinschaut, dann war das schon ein grosses Gemetzel. Und dann haben sie dann die Erklärung der Unabhängigkeit unterzeichnet. Eben zwei Freimaurer, zwei Jesuiten. Auch da sind die immer mit dabei. Und es ist allgemein bekannt, dass eben diese Pyramide da von Anuit Coeptis Novus Ordos Seclorum, also die zweite Ordnung, also eine neue Ordnung, auf der Dollar Billis, also auf der Dollar Note, und aber auch auf dem grossen Siegel der Vereinigten Staaten ist diese Pyramide mit drauf. Und das bestätigt ja nur, wer da mit involviert gewesen ist, bei der Gründung von dem, was wir heute als Vereinigte Staaten von Amerika kennen. Der Illuminatenorden, die Erleuchteten oder auch die Geblendeten, war eine kurzlebige Geheimgesellschaft mit dem Ziel, durch Aufklärung und sittliche Verbesserung die Herrschaft von Menschen über Menschen überflüssig zu machen. Klingt im ersten Moment nicht schlecht. Der Orden wurde am 1. Mai 1776 vom Philosophen und Kirchenrechtler, also die Kirche ist da mit involviert, Adam Weishaupt in Ingolstadt gegründet und existierte bis zu seinem Verbot 1884 vornehmlich im Kurfürstentum Bayern. Und dann auch hier wieder Wikipedia muss auf die Verschwörungstheorie Keule hauen. Zahlen, zahlreiche Mythen und Verschwörungstheorien ranken sich um das angebliche Fortbestehen dieser Gesellschaft und ihre angeblichen geheimen Tätigkeiten, darunter die französische Revolution, der Kampf gegen die katholische Kirche und das Streben nach Weltherrschaft. Aber was steht denn jetzt da wirklich zuoberst auf dieser Pyramide? Und wir sehen da das Auge auf Englisch the I und das ist auch phönetisch gleich wie the I. Also das Ich, the Me, das Ich, the Self, das Selbst, the Me, das Ich, the Ego, das Ego. Also zuoberst auf der Pyramide sitzt nicht Satan, da oben ist auch nicht irgendeine dunkle, geheime Macht, die nur Böses will. Nein, es ist das Ego. Und das kann man beobachten. Überall dort, wo eben diese Geheimgesellschaften sind, wird man ja geschmeichelt, wenn man da die Stufe hochklettert und die Nährsteinitiation machen kann und die Anerkennung erhält. Das ist Ego schmeicheln, Ego masturbieren. Und wenn wir auch im Geschäft schauen, die Karrieregeilen, die sind ja auch nur auf dem Ego-Trip und wollen da die Pyramide, also die vertikale Karriereleiter, geht dann in die gleiche Richtung, weil eben die Pyramide die Hierarchie. Und deswegen funktioniert das Ganze. Und das E kann man gehen lassen, Ego, weil das E ist ekklesiastisch, also von der Kirche gegeben, oder einfach grundsätzlich von außen, von extern gegeben. Und deswegen eben diese Karriere-Ding kommt ja von außen. Wenn man als kleines Kind schon gefragt wird, was willst du mal werden, heißt ja umgekehrt schon, du bist jetzt nichts. Und da wird das Ganze eingepflanzt. Also eben, die Erleuchteten werden geblendet vom falschen Licht. Und das falsche Licht wäre dann eben das Ego und deswegen strahlt das auch so auf der Pyramide. Ja, das Ego ist König oder Königin, weil es herrscht über einen. Dann Ego, Fluch, Dämonen, all die Medien, das Bündel, das Pack und der Einfluss. Rechts haben wir Social Engineering. Social Engineering ist ein Begriff, wie man die soziale Gesellschaft analysieren, ausspionieren kann, um sie dann auch entsprechend lenken zu können. Und seit wir die modernen Medien haben, so hätte es schon vorhin funktioniert, aber seit den modernen Medien, digitalen Medien, wo wir überall alldauernd permanent bombardiert werden, wenn wir nicht wollen oder wenn man dann aussteigen will, dann kommen die Sozialisten hervor und sagen, nein, du musst das Handy hervorbringen, jeden Tag reinschauen und eben WhatsApp öffnen und auf Twitter, Facebook und so unterwegs sein. Und damit geben wir ja eigentlich alles schon heraus. Also wir werden da so quasi wie gläserne Bürger. Und damit wird das Social Engineering ganz einfach gemacht, weil wir liefern ja die Grundlage dafür. Dann MK-Ultra, die mentale Kontrolle. Kennen sicher einige auch. Da hat der CIA offiziell bestätigt, dass sie da mal herumgeforscht haben. Aber die CIA ist ja auch eine Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Und das ist ganz spannend, was für Organisationen alles so nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Aber die mentale Kontrolle funktioniert ja schon einiges länger, als die CIA dazu mal etwas gemacht hat. Weil die mentale Kontrolle ist ja auch Government, the government to rule the mental. Also ist ja da schon die mentale Kontrolle impliziert. Und seit es Regierungen gibt oder Governments gibt, wird die mentale Kontrolle ausgeübt. Dann gibt es eine weitere mentale Kontrolle, genannt Trauma. Trauma-based Mind Control. Ist sehr effektiv, sehr effizient. Da kann man auch in der jüngeren Vergangenheit das deutlich sehen, wohl die bedeutendste oder bekannteste, immer noch bekannte 9-11. Ja, das wurde so gebauscht, dass es ein Trauma ist und so weiter und so fort. Denn der Ritual Abuse, also Ritueller Missbrauch, ist auch sehr weit verbreitet. Und sehr wahrscheinlich wart ihr auch schon mitinnoviert in so etwas, bewusst oder unbewusst. Und wenn wir nur schon in unsere Kindheit zurückgehen, können wir uns sicher erinnern, in jeder Klasse oder auf jeder Stufe, durch das System, hatten wir immer irgendeinen, der ausschert oder der gemobbt wurde. Und das ist ja auch schon Ritueller Missbrauch, will man oft nicht so anerkennen. Und dann das Weltbild. Die Welt ist eine Illusion. Und das Bild eine Image, eine Image, eine Vorstellung. Und demnach ist das Weltbild eine Vorstellung der Illusion. Und diese Illusion wird vom Ego konstruiert und schlussendlich auch verteidigt. Und damit man sich ein Beispiel, oder ein Bild, um sich ein Bild davon zu machen, wie diese Welt zustande kommt, und ihr kennt sicher den Begriff dritte Welt. Das impliziert zwangsläufig, es muss eine zweite Welt geben und eine erste Welt. Das impliziert, es muss noch mehrere Welten geben. Und die Frage stellt sich hier, wie viele Welten gibt es hier auf Erden? Und wie entsteht so eine Welt? Und wenn wir sagen, die dritte Welt ist ein armes Land, oder eine arme Welt, und diese Armut wird definiert durch Einkommen X. Und Ausgaben für Dach, Kleider, Essen ist Y. Und die Differenz davon ist Z. Und wenn Z kleiner ist als 1, dann gilt das als dritte Welt. Klingt jetzt sehr komplex, aber es ist relativ simpel, weil man kann sich dann fragen, wer bestimmt, wie viel Einkommen wir haben? Wer bestimmt darüber, wie viel das es kostet, ein Dach über dem Kopf zu haben, Kleider zu tragen und Essen zu haben? Und wer bestimmt den Wert Z, ab wann es denn in die dritte Welt gehört oder ab wann es in die zweite Welt gehört? Weil konkret, wenn wir 5 verdienen und Dach, Kleider, Essen kostet 4, dann ist ja die Differenz Z 1. Und wenn wir bestimmen, dass alles, was, wenn Z 1 ist, dann ist es dritte Welt und wenn Z grösser ist als 1, dann ist es zweite oder erste Welt. Und wenn wir sagen, okay, wir verdienen 5, geben aber nur 2 aus für Dach, Kleider und Essen, dann haben wir eine Differenz 3. Und ihr seht da, wie diese Illusion gebaut wird aufgrund von Metriken, die irgendwer festlegen muss. Und wenn man dann den Z-Wert einfach so anpasst, mir nicht hier nichts, dann kann man ganz schnell in einer anderen Welt sein. Das Ego-Programm, eben an diesem Weltbild festhalten, den Glauben verteidigen, die Illusion festhalten, Illusion verteidigen. Die Illusion, trügerische Hoffnung, Selbsttäuschung, Vortäuschung von etwas Nicht-Existierendem. Wir haben eine Etymologie-Episode gemacht mit Illusion. Könnt ihr euch anschauen. Dann eben Illusion. Ill von krank, Usion vielleicht von Fusion, eine Verbindung von irgendetwasem. Er leuchtet, ist auch geblendet. Und das Licht am Ende des Tunnels ist der einfahrende Zug. Wir haben auch Etymologien gemacht über Traumata und Ritual. Da empfehlen wir stark, da reinzuschauen. Da werdet ihr vielleicht auch etwas überrascht sein. Das Ego. Die Heimgesellschaften und ihre Aktionen. Die französische Revolution fand statt zwischen 1789 bis 1799, eben rund zehn Jahre. Und so etwas wird ja organisiert. So etwas wird geplant. Also eine Verschwörung. Aber sie wird ja auch angekündigt und propagiert, weil da müssen ja einige auch mitmachen. Sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Und es muss auch zwangsläufig ein Ziel haben, etwas Neues hervorbringen, weil sonst ist ja der ganze Aufwand für nichts. Und sie wollten da die Menschenrechte einführen oder erneuern und haben dann eben die Declaration des Droits de l'homme et du citoyen. Also die Erklärung der Menschen und Bürgerrechte einführen. Und da sagen sie schon, sie haben da und drin, also Menschen und Bürger, aber es impliziert zwangsläufig, dass die Menschen nicht die Bürger sind. Und dann sehen wir zu Oberst wieder das Ego, das Auge, die Eye und es strahlt sehr kräftig. Das impliziert auch automatisch, dass eigentlich die ganze Menschenrechtsdeklaration unter dem Ego steht und somit, solange das Ego da ist, eigentlich keine Bedeutung hat. Aber weil die Menschen ja eigentlich die Freimaurer sind und die Egoleiter da hochklettern wollen, dann ist es eigentlich die Menschenrechte für die Freimaurer und die Bürgerrechte eben für die Bürger. Der arabische Frühling klingt schön, weil Frühling so alles erblüht, alles erwacht, alles kommt zum Leben. Aber es war eigentlich genau umgekehrter Fall. Der arabische Frühling oder auch Arabellion war eine Rebellion respektive eine Serie von Protesten, Aufständen und wieder auch Revolutionen in der arabischen Welt. Diese richteten sich beginnend mit der Revolution in Tunesien, in etlichen Staaten im Nahen Osten, Maschrek, Arabische Halbinsel und Nordafrika, Maghreb, Ägypten gegen autoritäre Regime. Da hat, auch hier, ja, Obama hat da sehr stark mitgewirkt, dass das so zustande gekommen ist. Verbesserung im Hinblick auf die Menschenrechtslage. Auch hier wieder hat man nur gemacht, damit die Freimaurer da besser dastehen. Revolution. Originally a celestial body. Zu Deutsch, ursprünglich von Himmelskörpern eine scheinbare Umdrehung um die Erde. Das ist nur ein Schein, es leuchtet auch. Auch die dafür benötigte Zeit, auch Akt oder Tatsache der Bewegung auf einem kreisförmigen Kurs. Also ist eine Revolution nichts weiter, als sich im Kreis drehen. Von altfanzösischer Revolution Kursumdrehung von Himmelskörpern oder direkt von spätlatanischen Revolutionen eine Umdrehung oder Vergangenheitsprinzip Revolvere drehen zurückrollen. Seit dem 15. Jahrhundert als eine zyklische Wiederkehr, wiederkehrende Veränderungen oder Ereignisse. Und ihr seht ja, diese Revolutionen passieren immer wieder mal. Zyklisch oder azyklisch spielt keine Rolle, aber jedes Mal wird eine Veränderung hervorgerufen, provoziert eben die Menschenrechtslage, Menschenrechte grundsätzlich oder sonst einfach Regie um Stürze. Das Drehen eines Rades in den 60er, 60er Jahren ist es als Handlung eines Objekts oder einer Person, die sich um einen Punkt dreht oder bewegt ja Ringelreihe und dreht sich im Kreis. Die Bedeutung eine grosse Veränderung in den Angelegenheiten ist seit Mitte des 15. Jahrhunderts belegt. Die politische Bedeutung Umsturz eines etablierten politischen oder sozialen Systems ist um 16. 0.0 aus dem Französischen überliefert und wurde vor allem in England auf. Die Vertreibung der Stuart-Dynastie unter Jakob bla bla bla. Pan-Europa-Union Die Pan-Europa-Union wurde 1922 gegründet und ist damit die älteste noch bestehende europäische Einigungsbewegung. Sie hatte den historischen Sitz in ihrem Zentralbüro in der Wiener Hofburg und gilt als Pan-Bewegung. Die Pan-Europa-Union tritt im Sinne des europäischen Föderalismus für ein politisch und wirtschaftlich geeintes demokratisches und friedliches Europa auf Grundlage des christlichen abendländischen Wertefundaments. Also das wäre theoretisch der Vorreiter der heutigen EU und ist auch eben basiert auf Religion. Also da sehen wir auch wieder die Kirche ist da involviert und zwar die christlich-judaisch christian-judaisch abrahamische Religionen. Politisch wurde die Vereinigung seit 1933 in Deutschland und ab 1938 auch in Europa Österreich durch die Nationalsozialisten verfolgt und gleichsam ausgelöscht. Sie versankt danach in der Bedeutungslosigkeit und wurde nach dem Tod von Richard Niklaus Goodenhove Kalergi zu einem einflusslosen Honoratiorenverband. Dann dieser Kalergi-Plan auf Wikipedia ist schon die mehr der erste Satz ist noch nicht mal bis zur Hälfte und schon kommt das Wort Verschwörung rein Conspiracy ist Far-Right Antisemitic White Genocide Conspiracy Theory Not to be confused Hier wird alles in einen Topf geschmissen etwas durcheinander gemixt und dann macht man eine Theorie daraus Die Theorie claims that Austrian Japanese also dieser Gustav Kalergi war Österreicher und Politiker und eben der Schöpfer der Pan-Europa-Union The Conspiracy Theorie is most often associated with the European groups and parties but it has also spread to North American Politics Und Er hat ein Buch geschrieben nach, warum Hitler diese Bewegung nicht wollte, weil Hitler hat ja genau in die andere Richtung plädiert, quasi in Rassentheorie, wir wollen eine saubere, reine Rasse, eine gute, saubere Blutlinie. Und dann verteilen sie auch Preise, European Prize for the Chancellor, the European Society, the Goodenhoff-Kalergi, has awarded Chancellor Angela Merkel the European Prize 2010. Ja, Honoration an die Merkel, weil sie mit ihrer Politik so viele Ausländer ins Land gelassen hat, dass man schon beinahe sagen müsste, die Deutschen sind in Deutschland schon unter Zahl. Dann die geheimen Gesellschaften. Hinter verschlossenen Türen. Und hier wollen wir dieses Video kurz anschauen. Da hat die UN, wir sind ja auf der Webseite, webtv.un.org, steht hier oben, United Nations. Und sie haben da so ein Event gemacht, Pacific Unite, Saving Lives Together. Da schauen wir ganz kurz rein, und zwar eine ganz bestimmte Stelle. Sehen alle schön stramm dar, wie im Militär? that the truth war. Soワaha! Ja, wir sind hier im Programm schon, ja, Sie sagen es ja selbst. Wir möchten hier noch auf ein Mädchen im Hintergrund hinweisen, die sieht nicht besonders glücklich aus, und zwar dieses Mädchen hier. Und jetzt kommt dann das Berühren, das Anfassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.